Die Blausterne sind Frühblüher, die man vor allen Dingen aus Gärten kennt. Aber es kann natürlich sein, dass diese Arten von Gärten aus verwildern und dann ziemlich große Bestände auch im Freiland draußen in der Natur bei uns bilden können. Botanisch gesehen gehört die Art zur Familie der Spargelgewächse. Auch wenn man es nicht glauben mag, haben die sehr viel zu tun mit dem Gemüse, das bei uns auf dem Teller landet. Und der deutsche Name ist glaube ich auch Programm, man sieht es ja auf den ersten Blick. Die ausgebreiteten Blütenkronblätter entsprechen halt sowas wie einem blauen Stern.